Nie wieder schief bohren. So wird's garantiert gerade. Und das ganz ohne teure Hilfsmittel. Du brauchst ein Reststück Holz. Das sägst du in zwei Teile. Dann leicht versetzt zusammenzwingen. Fertig ist deine Bohrhilfe. Jetzt kannst du deinen Bohrer in die Ecke legen und losbohren. Das Ergebnis? Perfekt gerade. Natürlich kannst du auch einen Winkel deiner Wahl an deine Bohrhilfe sägen und somit perfekt gerade im Winkel bohren. Das passt. Und das Beste? Du kannst deine Vorrichtung auch nutzen, um dir eine Bohrhilfe mit noch mehr Führung zu bauen. Dafür bohrst du ein gerades Loch in ein Stück Holz und sägst dann ein Stück vom Rand ab. Jetzt hat dein Bohrer den perfekten Halt und du kannst genau sehen, wo du anlegen musst. Genial, oder? Für mehr Tipps und Tricks kanal abonnieren.